Jo, moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Hier jetzt eine, so wie ich hoffe, relativ kurze und übersichtliche Vorstellung einer Sofern Taschenlampe. Hatte gestern einen langen Arbeitstag, war erst gegen, ich weiß gar nicht, 17.30 Uhr ungefähr wieder daheim am Samstag und ja, hatte Post. Ich habe nämlich am Donnerstagabend bei Amazon eine Taschenlampe gekauft und damit ist auch direkt klar, dass ich nicht Teil dieser Sofern Werbeaktion bin. Das, was ich hier euch jetzt erzähle, das mache ich einzig und allein aus Überzeugung, denn ich bin der Meinung, dieses Teil rockt tatsächlich. Ja, die kam dann Samstag mit der Post, meine Nachbarn haben es dankenswerterweise angenommen, sodass ich jetzt in der Lage bin, am Sonntag, euch dieses kleine Lämpchen mal zu zeigen. Als EDC-Lampen habe ich ja in der Regel so etwas wie die Clarus MI7 Ti dabei, wunderbares Titanenlämpchen mit einer Doppel-A oder noch besser mit einem 14500er Akku. Mit dem 14500er Akku hat die, glaube ich, ungefähr 700 Lumen, haut also schon richtig was raus. Orange-Pill-Reflektor, prima verarbeitet, leicht. Oder ich habe halt was im AAA-Bereich als EDC-Lampe, wie hier die Surefire Titan Plus, nicht verwirren lassen vom Namen, die ist nicht aus Titan, sondern ich glaube, das ist eine Messing-Legierung. Läuft mit einer ganz normalen AAA, kein Akku und haut mit einer normalen AAA 300 Lumen raus. Wirklich fantastisch. Viele stören sich natürlich an der Funktionsweise über den Drehknopf vorne, Drehkopf vorne. Kann ich verstehen. Nichtsdestoweniger eine fantastische Lampe. Unfassbar robust, aber ich glaube, das gilt für alle Surefire. Ein tolles, tolles Teil. Aber ihr seht schon, die Surefire mit der AAA gegenüber der Clarus mit der AA, abgesehen vom Durchmesser, ist da gar nicht so viel Unterschied in der Größe. Ja, und die Sofern, und zwar handelt es sich hierbei um das Modell, ich glaube, SF-14 heißt die. Wenn ich es jetzt hier nirgendwo auf dem Karton finde, muss ich doch tatsächlich auf die Lampe gucken. SF-14, und zwar in der Version 2.0. Die wurde gestern schon vorgestellt, als ich nach Hause kam, mich ein bisschen mit der Lampe beschäftigt hatte. Sah ich dann auf dem Kanal Yet Another Gear Channel die Vorstellung genau dieser Lampe und doch auch die Ankündigung, dass Sofern wohl ein paar YouTuber angeschrieben hat, ob sie nicht Interesse hätten, diese Lampen vorzustellen. Hier hat es einfach mal gesagt, das war bei mir nicht der Fall. Ich bin beim Stöbern im großen Versandhaus Amazon darauf aufmerksam geworden. Besonders, weil Sofern gerade eine 20%-Aktion hat. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ein paar Lampen gratis an YouTuber verschickt wurden. Ja, dass man im Moment mal wieder so eine kleine Promo-Aktion fährt, um die Lampe bzw. das Sortiment den Leuten ein bisschen zugänglich zu machen. Also, geliefert, Karton, dann haben wir hier so eine Blister, so eine Plastikeinlage, ein kleines Lanyard, ein paar Dichtungsringe sind als Ersatzteile mit dabei, das übliche Silikagel, damit nichts korrodiert. Die kleine Karte, happy, not happy, wo man dann sich entsprechend den Kontakt suchen kann, ob man zufrieden ist, ob man nicht zufrieden ist, ob man Verbesserungsvorschläge hat. Ganz nette Sache, die sind auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Und ein ganz klein wenig Paperwork zur Beschreibung. So, ich sehe schon, wir sind bei 337. Ich muss mich also ein klein wenig beeilen. Allerdings mache ich mir da keine großen Sorgen, denn diese Lampe ist im Funktionsumfang eher basic. So, hier haben wir die Spezifikationen auf Deutsch. Ihr seht, wir haben drei Stufen. Eco, Medium und High. Die sind angegeben bei einer ganz normalen Alkaline-Batterie, also einer Doppel-A, Nickel-Metall-Hybrid ist das, mit 5 Lumen, 50 Lumen und 180 Lumen. Und seit gewiss 180 Lumen im High-Modus, die reichen vollkommen aus, um sich auf einer Nachtwanderung prima orientieren zu können. Mit dem 14500er Akku gibt es dann einen regelrechten Boost. Der Eco-Modus mit 5 Lumen ist gleich. Im Medium haben wir dann schon 100 Lumen. Hätte ich gar nicht schlecht gefunden, wenn das bei den 50 geblieben wäre. Denn 100 im Medium, 100 können, gerade wenn es stockfinster ist, schon wirklich, wirklich hell sein. Das sehen wir auch gleich. Ja, und dann High 550 Lumen. Das heißt, wir haben hier ein Lämmchen. Abzüglich des 20% Rabatts hat die dann noch 16 Euro und ein bisschen gekostet. Natürlich bei Amazon Prime versandkostenfrei. Und das fand ich schon ganz beachtlich. Ja, was haben wir noch? Wir haben Leuchtdauer bis 75 Stunden im Eco-Modus. 5 Stunden 34 mit dem Akku und 9 Stunden 35 mit der Alkaline-Batterie im Medium. Und 56 Minuten bzw. 1 Stunde 6 Minuten auf High. Leuchtweiten zwischen 10 und 112 Metern. Und die Lichtintensität ist auch nochmal angegeben bis maximal knapp 3200 Candela. Sie ist stoßfest bis zu 1 Meter. IPX 8, wasserfest 2 Meter. Ich glaube, das ist immer eine halbe Stunde. Und ja, der Modus ist einfach wechseln von Eco zu Medium und High. Zur LED. Cree XPG 2. Lebensdauer 50.000 Stunden. Betriebsspannung 0,9 bis 4,2 Volt. Alles soweit so gut und soweit so bekannt. Das sind also keine Neuigkeiten groß. Das ist das, was wir im Grunde von den günstigen Lampen kennen. Es werden die guten Cree-LEDs verbaut. Wir haben eine vernünftige Verarbeitungsqualität und das passt alles. Das Außergewöhnliche bei dieser Lampe ist, während die Klarus vorne am Kopf über diesen Sideswitch verfügt, hat die Sofern einen Tail-Click mit einer gummierten Endkappe. Dieser ist, ja, ich würde sagen medium-griffig, allerdings sehr anständigen Druckpunkt, das gefällt. Ansonsten ein ganz klein bisschen Checkering in der Mitte am Batterierohr. Ein bisschen an der Seite an der Endkappe, vorne soweit nichts mehr. Diverse Aufdrücke, Achtung, Hals. Sofern der Name und dann nochmal die entsprechenden CE-Zeichen. Clip haben wir montiert zum Tragen in der Hosentasche. Ich wünschte mir, wir hätten vorne noch einen Ring, dass ich den Clip umsetzen kann. Für eine Montage zum Beispiel am Schirm der Kappe. Das ist hier dann nicht möglich. Das heißt, das Ganze als Headlight zu benutzen, zu improvisieren, funktioniert mit der Lampe nicht. Ja, trotz Tail-Click habe ich gar nicht so viel mehr Länge. Okay, das sind, was wird das sein? 4, 5 Millimeter, ich weiß es nicht. Das ist hoch anständig. Das Gewicht der Lampe ist unheimlich niedrig. Hier ist schon die Batterie eingelegt. In der Titan ist aktuell keine Batterie. Das Gewinde ist sehr sauber geschnitten. Allerdings relativ trocken. Da ist also nicht viel Schmiermittel dran. Ihr seht, die Batterie sitzt auch etwas tiefer. Das heißt, ich bekomme hier keine Probleme. Dass irgendwie zu wenig Platz im Rohr wäre. Das ist ja auch bei den super kompakten Lampen eingesetzt. Ist jetzt hier so ein, war das sogar ein Nightcore? Ich weiß es gar nicht. IMR Akku 14500er mit 650 Milliampere Stunden. Das ist eine ziemliche Standardware. Die IMRs wegen ihrer Chemie geben schön viel Leistung ab. Und somit ist es dann auch möglich, da so einen Boost rauszuholen. Kontakt im Inneren interessiert vielleicht den einen oder anderen. Das ist einfach nur ein flacher Kontakt. Hier vorne gibt es leider Gottes nichts mehr aufzuschrauben. Das heißt, hier noch irgendwie rumbasteln und die Lampe ein bisschen pimpen. Das wird dann hier nicht mehr möglich sein. Ich lasse die Batterie einfach ins Bohr sinken. Sützt einigermaßen gut. Ein ganz klein bisschen Platz gibt es noch. Wenn das stört, der könnte vielleicht noch eine Lage Papier drum legen. Allerdings, sobald die Endkappe aufgeschraubt ist, wackelt da selbstverständlich nichts mehr. Also Spannung soweit in Ordnung. Ansonsten, ich schalte an, bin im Eco-Modus, also im Low-Modus. Das sind fünf Lumen und ich versuche die jetzt mal Richtung Linse zu drehen. Ihr seht, der Weißabgleich, der Helligkeitsabgleich, der muss schon nachregeln. Diese fünf Lumen sind in totaler Finsternis fürs Auge schon ein klein wenig zu viel. Wenn ich einen Firefly-Modus habe oder einen Moonlight-Modus, dann bevorzuge ich irgendwas zwischen 0,5 und 1,5 Lumen. So, dass ich die Lampe umdrehen kann, direkt in das Licht schauen kann, direkt in die leuchtende LED schauen kann, ohne dass ich davon zu stark geblendet werde. Diese 0,5 reichen bei völliger Finsternis zum Beispiel auch aus, um in einer fremden Umgebung, vielleicht im Hotelzimmer oder so, den Weg zum Klo zu finden. Also diese fünf Lumen sind vollkommen in Ordnung für stockfinstere Verhältnisse, Schlüsselloch oder was auch immer. Das passt. So, aus, wieder an. Ach nee, das ist, genau, der mehr oder weniger taktische Modus. Ich brauche nur antippen, kann durch die Modi switchen, wenn ich die Lampe ganz ausschalte, drei, vier Sekunden warte, wieder anschalte, bin ich immer wieder im Eco-Modus. So, das war jetzt wie antippen, als hätte ich hochgeswitcht, also kurz aus und direkt wieder an, mittlerer Modus. In dem Fall sind es dann schon 100 Lumen und ganz ehrlich, die sind schon ziemlich hell. Das ist also, was ich eben sagte, im mittleren Modus wären 50 meiner Meinung nach immer genug. Ja, und dann kommt die volle Pulle. Das ist also wirklich, ja, 550 Lumen. Ich weiß nicht, ob die 550 echt sind. Sie kommen mir auf jeden Fall so vor, als wäre es ein realistischer Wert. Ich habe es nicht nachgemessen. Ja, ist auf jeden Fall eine Menge, Menge Licht, die da rauskommt. Und durch einen relativ tiefsetzenden LED und einen glatten Reflektor, habe ich wirklich eine wunderschöne Ausleuchtung und schon fast so ein ganz klein bisschen das Gefühl von Throw. Also es ist nicht so, dass das Licht schön breit ausgestreut wird, sondern hier habe ich dann tatsächlich schon so ein bisschen was wie Reichweite. Ja, und dann muss man immer wieder erwähnen, das Ganze gibt es für aktuell in der Rabattaktion. Die läuft bis zum 5. September 2008 für etwas mehr als 16 Euro. Selbstverständlich werde ich euch den Link zu verschiedenen Modellen unten in die Beschreibung packen. Ich kann die Lampe hundertprozentig empfehlen, was die Langlebigkeit angeht. Kann ich natürlich nichts dazu sagen. Sollte da irgendwas Dramatisches passieren, das Ding irgendwie nach drei Wochen den Geist aufgeben, kommt selbstverständlich ein Update-Video. Aber mit den verbauten Komponenten und der Cree XPG2 LED, das Ding ist der Traktor unter den LEDs, da gehe ich mal davon aus, hier wird alles passen. Ja, Sofern SF14, 14 wahrscheinlich wegen der 14 500er Akkus, die verbaut sind, Version 2.0. Gucken wir uns kurz noch das Gewicht an, einmal mit dem eingelegten Akku und dann einmal ohne. Und dann hoppala hoppelinchen. Und dann lassen wir es auch gut sein. Gewicht mit Akku läuft sich auf 57,2 Gramm. Das ist also vergleichbar mit einem Taschenmesser. Ich habe hier so ein Kershaw 56,9. Das ist fast identisch. Das ist das Kershaw Anso Fraction. Genau. Werde ich heute auf jeden Fall auch noch vorstellen. Cooles, cooles Teil. So, wiegt also, die Lampe wiegt genauso viel wie dieses winzige Taschenmesserchen. Und das Ganze ohne eingelegten Akku, so läuft es sich auf. Kramper 37,6 Gramm. Das ist gar nichts. Vergleich, die Titan-Version von der Klarus, 3 Gramm schwerer in etwa. Ziemlich genauso. Doch nicht. Also 2,8 Gramm. Man spürt tatsächlich den Unterschied vom Titan zum Aluminium, weil die Titan-Lampe auch noch ein Stückchen kürzer ist. Spürt man einfach, dass das Titan doch ein ganz klein wenig mehr spezifisches Eigengewicht hat als das Aluminium. Wenn ich auch sagen muss, die Software könnte noch leichter sein, denn die hat eine relativ hohe Wandstärke. Hier ganz schön zu sehen. Jo, prima Licht. Links in der Beschreibung. Nutzt auf jeden Fall die Rabattaktion aus. 20% sind auf jeden Fall schon eine Ansage. Diese Lampe ist die ursprünglichen 20 Euro 100%ig auch wert. Wenn ich sie aber dann für 16 kriegen kann, dann heißt es auf jeden Fall zugeschlagen. Tolles, tolles Teil. Ich bin echt begeistert. Sofern SF14 Version 2.0 Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntag und sage, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye. Bye.